Hallo liebe Freunde der Wahrheit! Ja, ich hörte schon vor einigen Jahren von dem heutigen Thema des Clips. Nur damals mochte ich es ehrlich gesagt nicht glauben wollen. Nur inzwischen gibt es so stichhaltige, wissenschaftlich belegte Fakten, welche auch merkwürdigerweise diesmal fast einhellig weltweit von allen Wissenschaftlern anerkannt und akzeptiert werden, dass ich einfach nicht umhinkomme, um euch dieses Thema heute in diesem Clip vorzustellen, auch wenn es vielleicht einige von euch kennen und mich sogar darum gebeten haben, dieses Thema mal in einem Clip zu präsentieren. Am Ende des Clips stelle ich euch dann die sprichwörtliche 1-Million-Euro-Frage, die nämlich bei den gesehenen Fakten gleich, bei bestimmt 99% von euch, automatisch im Raum steht. Okay, wie sah denn der Entwicklungsverlauf des modernen Menschens die letzten Jahrtausende eigentlich aus? Die Geschichtsbücher erzählten uns bislang, dass die Menschheit vor ca. 10.000 bis 12.000 Jahren, also noch in der Jungsteinzeit, ein nomadisch jagendes Volk war, gerade so in der Übergangsphase zum sesshaften Menschen. Das erste Wildgetreide wurde geerntet und auch gelagert. Das daraus entstandene Wissen, um dann Nutzpflanzen auch wirklich effektiv miteinander zu kreuzen und dann wirklich eine produktive Landwirtschaft zu entwickeln, das dauerte dann schon noch ein bisschen länger. Aber okay. Was wir allerdings bislang immer dachten war, dass genau dieser Jungsteinzeittyp, dieser tumpe Fraddl, dass der auf gar keinen Fall über irgendein statisches Wissen oder ingenieurhaftes Know-how verfügen könnte, um gigantische Tempelanlagen erbauen zu können. Okay, dann schauen wir uns doch die Sachen mal ganz einfach an, von der ich hier spreche. 1963 wurde rein zufällig unter einer meterdicken Sand- und Erdschicht bedeckt, eine Ausgrabungsstätte entdeckt namens Göbekli Tepe, und zwar in der Türkei. Also genau in dem Gebiet, wo vor Jahrtausenden auch der moderne Ackerbau entstand, im fruchtbaren Halbmond. Seit Mitte der 90er Jahre wird unter Leitung des Deutschen Archäologischen Instituts, also genauer gesagt unter der Leitung von Professor Klaus Schmidt, diese gigantische Tempelanlage Stück für Stück freigelegt. Und was dabei zum Vorschein kommt, das ist wirklich unfassbar spannend. Die komplette Anlage hat fast eine Größe von drei Hektar und wurde mit neuster 3D-Lasertechnik vermessen. Sodass man ein genaues Bild der ursprünglichen Anlage bekommt. Wie ihr sehen könnt, besteht die Anlage auch aus mehreren mächtigen T-Säulen, wobei jeder dieser Säulen fast 20 Tonnen wiegt. Unglaublich, oder? Die Steinmetzarbeiten sind wahrlich meisterhaft und stehen den ägyptischen Steinmetzarbeiten eigentlich in fast nichts nach. Okay, könnte jetzt der eine oder andere sagen, was ist denn so besonderes daran? Mann, langweil mich nicht. Komm doch mal zu Potte. Ich sag's euch. Die Ägypter, die uns doch alle so unfassbar imponieren mit ihren Pyramiden, die viele von uns ja schon live gesehen haben. Die waren 7000 Jahre später dran, als diese Anlage schon erstellt war. Hallo? 7000 Jahre? Ja, ja. Ich höre sie schon wieder, diese Stimmen im Hintergrund. Oder ich lese dann in den Kommentaren, ach was mit diesen Datierungsgeschichten da, das stimmt doch alles vorne und hinten nicht, wer will uns das denn beweisen und bla bla bla. 7000 Jahre kann doch gar nicht sein. Wie kommst du denn darauf? Das kann ich euch sagen. Wir alle wissen, dass man Steine ganz schlecht zurückdatieren kann. Das ist wirklich sehr, sehr vage und bringt auch nicht wirklich viel und überzeugt mich persönlich auch nicht. Nur bei Göbekli Tepe, da kamen Zufallsfunde und zwar in Massen vor. Und diese Funde, Leute, die sind leider oder zum Glück nicht anzuzweifeln. Und hierbei sprechen wir von Knochen. Knochen lassen sich nämlich mit einer sehr, sehr großen Zuverlässigkeit zurückdatieren, sofern die nicht unbedingt älter als 60.000 Jahre sind. Und in Göbekli Tepe fand man verdammt viele Knochen. Und zwar nicht von Menschen, sondern von Tieren. Nur von welchen Tieren? Das ist mal ganz ausschlaggebend hier. Professor Joris Peters erklärt, dass diese Knochen analytisch eindeutig auf 12.000 Jahre zurückdatiert werden können. Das könnte man jetzt einfach so stehen lassen, würde aber eventuell bei einigen von euch trotzdem noch für einen schalen Geschmack sorgen. Und jetzt kommt's. Man fand diese Knochen nicht wahllos verteilt in der Anlage, sondern geballt jeweils in Haufen und zwar eindeutig in Feuerstellen. Die Analysen ergaben zusätzlich zweifelsfrei, dass es sich bei den Knochen um Garzellen, Wildschweine und Rotwild handelt. Also nicht von domestizierten Tieren wie Schafen, Ziegen oder Kühen. Dies ist so ein verdammt wichtiger Hinweis, weil er nämlich gleichzeitig bedeutet, dass die Erbauer zu diesem Zeitpunkt noch Jäger und Sammler waren und eben keine sesshaft ackerbäuerliche Kultur in dem Gebiet des fruchtbaren Halbmonds dort unten. Das mag sich nun vielleicht für den normalen Bürger recht unspektakulär anhören. Nur Fakt ist einfach, dass man bislang von folgender Entwicklung der Menschheit ausging. Zuerst muss es die sesshafte Landwirtschaft gegeben haben, wodurch die Menschheit erstmals in ihrer Geschichte in der Lage war, Nahrung einzulagern. Das heißt also, sie mussten nicht mehr jagen, sie mussten nicht mehr dem Vieh nomadisch hinterherziehen, sie konnten an einem Platz bleiben. Durch diesen bequemen Umstand entwickelten sich dann zwangsläufig auch die ersten großen Siedlungen. Die ersten Religionen entstanden, weswegen dann auch natürlich die ersten Tempelanlagen gebaut wurden. Göbekli Tepe allerdings wirft diese Annahme komplett über den Haufen. Denn hier ist eines ganz deutlich sichtbar. Denn es waren ja bewiesenermaßen die Jäger und Sammler, die weltweit die erste riesige Tempelanlage errichtet haben und das vor 12.000 Jahren. Und nicht, wie es die Wissenschaft bislang angenommen hat, irgendwie tausende von Jahren später eine sesshafte ackerbäuerliche Kultur. Das ist einfach der absolute Hammer. Denn hier stellt sich doch ganz deutlich mal eine Frage, Leute. Woher verdammt nochmal haben diese Steinzeitmenschen vor 12.000 Jahren, die man gerade ein paar tausend Jahre vorher noch mit der Brotrinde vom Baum gelockt hat? Woher verdammt nochmal haben die das Wissen, 7.000 Jahre vor den Ägyptern solche Dinger zu bauen? Ich finde das so absolut klasse. Gerade in der heutigen Zeit des Computerzeitalters, wo doch jeder von uns denkt, er ist der absolut schlauste und beste. Tante Google weiß doch sowieso alles. Nur noch Klugscheißer unterwegs. Und da erfahren wir auf einmal etwas über unsere eigene Geschichte. Und die müssen wir dadurch komplett umschreiben. Und zwar belegbar. Ich kriege gerade eine Gänsehaut. So geil finde ich das. Denn, liebe Freunde der Wahrheit, auch wenn tausend Jahre in der Gesamtentwicklung des Homo Sapiens, also in einem Zeitraum von 200.000 Jahren, nicht wirklich ins Gewicht fallen, so fallen tausend Jahre doch extrem ins Gewicht, wenn man dabei nur mal die letzten 12.000 Jahre betrachtet. Denn jeder von euch weiß doch ganz genau, was die letzten 1.000 Jahre bei uns passiert ist. Also überlegt euch mal bitte, wie viel 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Jahre in einem Zeitraum von nur 12.000 Jahren bedeutet. Also egal, wie das jetzt jeder hier für sich selbst auslegt nach dem Clip. Ein paar hundert Jahre hoch oder runter. Oder ich sage sogar 1.000 oder 2.000 hoch oder runter. Eins ist doch mal Fakt. Die Annahme, die wir bislang hatten von dem Jungsteinzeit-Menschen als tumpen, geistig minderbemittelten Schwachmaten, die muss doch mal ganz erheblich revidiert werden. Und was mich obendrein noch unglaublich geflasht hat, das war die heutige E-Mail, die ich bekommen habe von dem Grabungsteam, sprich von Professor Klaus Schmidt, auf meine Anfrage, wie der aktuellste Stand momentan ist. Der Stand ist nämlich der, dass durch die Bodenradaraufnahmen innerhalb der Anlage noch weitere Komplexe entdeckt worden sind, die nochmals 2.000 bis 2.500 Jahre älter sind. Das heißt, wir reden hier knapp von 15.000 Jahren ab heute zurück. Mehr geht nicht, oder? Ist das nicht der Hammer? Ja, liebe Freunde der Wahrheit. Ich habe mir lange überlegt, ob ich den jetzigen Schluss überhaupt reinbringe oder nicht, aber ich kann es mir einfach nicht verkneifen. Deswegen bin ich jetzt mal ganz provokant. Also ohne den meistverkauftesten Roman der Welt wörtlich zu benennen, in dem aber unmissverständlich steht, dass alles Leben erst vor ca. 6.000 bis 7.000 Jahren auf einen Schlag entstanden sein muss, müssten doch normalerweise auch alle bisherigen Zweifler an der realen Wissenschaft nun erhebliche Bedenken bekommen haben. Ob der Inhalt dieses Bestsellers nicht vielleicht ein wenig bei den Haaren herbeigezogen ist, oder? Klar bleibt zum Schluss immer noch dieses ständig wiederholte Top-Argument der Zweifler, nämlich, dass die Methode zur Altersbestimmung von Knochen sowieso nicht stimmen kann. Alles Quatsch, alles Humbug, diese Computertechnik ist doch alles ein Witz heutzutage. Okay, ich akzeptiere und respektiere diese Einstellung, nur dann bitte Zweifler, dann zieht sie auch konsequent wie eine rote Linie durch euer Leben durch. Was dann mich gleichermaßen bedeuten würde, wenn ihr schon Computeranalysen und neueste Technik anzweifelt, dann bitte schön, geht auch, falls ihr mal einen Unfall habt, einfach mal zu einem Schamanen und nicht ins Krankenhaus. Und glaubt dann bitte dort auch nicht den MRTs oder den Kernspindaufnahmen, weil Computeranalysen sind doch alles scheiße. Stimmt doch alles gar nicht, ist doch alles Humbug. Und das ist genau der Punkt, wo die Heuchlerei losgeht. Auf der einen Seite etwas anzweifeln, aber auf der anderen Seite, wenn es zum eigenen Nutzen ist, dann nehmen wir das doch gerne mal mit, oder? Kurzum, Göbekli Tepe ist absolut phänomenal außergewöhnlich. So viel steht mal fest. Und ich persönlich finde den Gedanken, dass wir unsere Vorfahren bislang in ihren Fähigkeiten und in ihrem Wissen so eklatant unterschätzt haben, einfach nur ultraspannend. Was allerdings wirklich erbärmlich ist. Und ihr werdet es wahrscheinlich auch alle durch die Weltpresse mitgekriegt haben. Heute ist der 5. Juli 2013, gestern passiert. In Peru wurde über Nacht eine 5000 Jahre alte Pyramidenanlage von Immobilienspekulanten einfach dem Erdboden gleichgemacht. Ein absolut unwiederbringlicher Schaden an der kompletten Menschheitsgeschichte. Ausgelöscht. Zack, bumm, weg. Nicht mehr auszubügeln. Weder durch eine Entschuldigung, durch Geld, durch gar nichts. Einfach weg, bums Armen aus. Aber so sind wir Menschen einfach. Teilweise ohne Verstand und immer mehr ohne jeglichen Skrupel. Wir, die Normaldenkenden, wir müssen einfach endlich mal wieder lernen, dass wir als Kollektiv eine größere Macht darstellen als jegliche irgendwelche korrupte Regierungen oder eben auch solche habgierigen Arschlöcher. Die sollten sich irgendwann mal vor dem Kollektiv ängstigen müssen. Denn Leute, jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Wir alle, alle Menschen auf diesem Planeten, wir haben nur eine gemeinsame Geschichte. Und wenn man uns diese nimmt, durch solche Aktionen, dann sind wir im Endeffekt quasi kollektive Vollweisen. Denn es wurde uns unsere gemeinsame Vergangenheit damit genommen. Und diese weltumspannende Verbundenheit ist einfach unantastbar. Durch niemanden und durch nichts. Ganz einfach. Also liebe Freunde, ich hoffe, mein heutiger Clip hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer EF.